Das Ziel dieser Übung ist, die Fusshebermuskulatur zu stärken. Das ist oft der Fall, wenn man den Fuss verstaucht hat oder der Fuss mal gebrochen hat und man die Muskulatur wieder stärken will. Für das braucht ihr ein Gummiband, findet es um den betroffenen Fuss, geben ein wenig Zug drauf und stehen mit dem gesunden Fuss drauf. Bewegt jetzt die Fussspitze Richtung Knie und schaut, dass der Fersen am Boden bleibt. Führt die Bewegung zehnmal langsam aus und macht nach einer Pause noch weitere zwei Sätze.